Spiele beginnen, würd ich mal sagen. Ja, aber ich hab das Volkgebirge oder Gangfight OSP. Das... Normale. Wie ich gesagt. Okay. Okay. Probi im Doppelpack. Bringt ein Rest zu. Oh, jetzt ist das Schaffner. Hm? Ich freu mich echt ganz auszukommen. Ja, boah, ich auch. Kannst kaum abwarten. Ewas. Dobi. Hihihi. Uh, ne Auge haben wir. Sehr geil. Da gibt's ja 5-5-6 auch. Ich hab einen. Andere ist auf der drüben Seite. Ja. Nice. Nice, 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 nice. Der Start. Gehst du links und lege rechts? Ja. Auf ihn, auf ihn. Er geht mitten durch. Er ist am Start. Nice. Perfekt. Well done. Hehehe. Du natürlich auch die Steirer Auge als Banner. Hehehe. 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 Muss sein. Muss sein. Er muss sein. Er muss sein. Österreichischer Stolz. Au. Dammit. Er hat mich. Er ist auf der linken Seite gekommen. Wo ich gelaufen bin. Ah, schade. Ah, dicker Terror. One round go. We're not dead yet, are we, man? Nice. Oh. Okay, 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 okay. Ich gehe rechts. Du gehst links wieder. Ja. Ja. Er greift an. Ich habe einen. Jawohl. Perfekt. Sehr schön. Jawohl. Schon wieder in New York. Vielleicht weil wir Österreicher sind die gerade spielen. Ich habe einen. Ich habe einen. Warte. Ah, schade. Ich habe mich. Er ist hinten bei der Holzkiste. Links bei mir. Ja. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Warte. Ich hab einen! Super! Ja geil! Sehr nice! Sehr nice! Sehr nice! Die fressen österreichische Kugeln! Die Leute! Oh! Ohli moli! Hab einen! Ich hab einen anderen! Super! Die haben die zerstört! Ja! Eins! Zerstört! Das wir so viele Steirer Aux bekommen haben! Auch echt nice! Das ist eh extrem geil! Vor allem, weil du es einfach ändern kannst! Ja! Du müsstest eigentlich auch noch einen Clan-Tacker reinhauen! A-U-T in Österreich! Ich mach mich was! Ich mach mich was! Ich hab's groß reingeben! Also A-U-T! Groß groß! Nein! Schau! 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 Das kommt jetzt! Jetzt kommen wir abwarten! Das britische Bullbop! Das britische Bullbop! Das britische Bullbop! Ja! 12. September oder so! Open Beta, geil! Okay! Okay! Let's get this done! Ja, Ben! Sauber! Und da, wo ich werde? Nein! 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 Okay! Gut! Er hat mich auf den Kopf! Okay! Ich werde ihn rushen! Ah ja! Ja! Er hat mich! Pass auf! Hinten bei seinem Spawn! Nice! Hehehehe! Wirklich? Uuuuuh! Ja schon wieder! Jawoll! So taugt es mir! Au! Aaaaah! Er hat mich von hinten wieder gut nachgeschossen! Ja wohl! Sehr geil! Auf ihn! Ja, sauber! Auf ihn! Auf ihn! Auf ihn! Auf ihn! Er schmerzt! Rinelli hat er gleich. Wenn ich mir nicht irre. ja ich habe ihn ich sehe ihn ich habe einen Reifenstapel wo? FBI dahinter Aben That's it lads, on to the next round, get ready! Ich dachte gleich, ich dachte dass ich zu dir gestürmt bin warum er sich dann umtraut NAH! Ich habe zu viel abgedruckt Verdammt Ich bin nur Ja, das ist wirklich Ja, ich habe mich gesnappt Nein! Ich habe ihn gewischt Ich habe ihn Naja, nicht schlecht Naja, ich habe ihn Ich habe ihn Also, was ich mich auch schon freue? Also, kallde ich die Mann-Warfer. Also, kallde ich dich mal wie die Mann-Warfer. Auf das neue Ghost Recon. Auf das neue Ghost Recon. Auf das neue Gears of War 5. Das kommt zum nächsten September raus. Das freu mich schon. Das wär geil. Und irgendwas kommt noch raus. Da kommt ein bisschen was aus. Geh so vor. Geh so vor. Ghost Recon. Und irgendwas kommt noch raus. Auf was ich mich freue. Na, mir fällt ja noch mehr jetzt überhaupt nicht ein. MP7. MP7 Holo. Na, wir spielen mir eigentlich nicht MP7 Holo. Ja. Ah, sogar Stim Shots jetzt da. Weapons ready. Move in. Ich bin da rechts oben. Ich bin da rechts oben. Ich bin da. Jawoll. Nice. Haha. Ich hab das Auto zerstört. Haha. Ich hab das Auto zerstört. Ich hab ihn fast erwischt da. Ah, da geht links ab. Jawoll. Ich hab den. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Stay Honkney. There's four hours that came from. Ich hab ihn. Das war meine. Ja. Oder? Also, wir waren ja auf dem Fluss. Ich war nämlich um beim... Fahrbahn Nächste kommt Fahrbahn Nice, ich hab ihn auch gefrackt Ja Auf der anderen Seite Scheiße, Farmers Bullpup ist... Freak, rennen dich die Farmers Andere geht wieder links nach, die Andere voll Erstmal kommen wir neben Was ist er unten? Ist er unten? Wo ist er denn nichts? Nice Well done Was ist er denn? Ich bin froh dass ich die Rainbow... Ah, was? Was, 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 was? Ich bin froh dass ich die Rainbow... Das hat ein Reflexe stark Vergesst Das war aber unfortunate, dass einer von hinten auf die Tür ist. Tramper müssen wir auch wieder mal ein bisschen spielen. Auf der Seite. Bei uns im Spawn. Auf den. Weapons ready. Also ja, die drei Spieler. Call of Duty. Zum einen. Call of Duty zum einen und dann halt das Trickern und geh so vor. Das sind die drei. Nein! Shit. Bisschen zu spät. Bisschen zu spät. Schon wieder die Scheiss. Da kann ich gehen. Einer geht. Einen hab ich. Der andere ist so über mir irgendwo. Ich hab mir Granate hochgeworfen und angefragt gleich. Das ist gut. Ich hab die ist runtergesprungen. Ja, äh, irgendwo auf der Seite. Bei der Brücken. Ja, shit. Ja, was der im Interview? Wer lernt, ist das richtig? Neuer. Wenn du das hast, wenn du das hast. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin ein header. Ich bin ein- Heheheheh. Von der Seite flankiert. NICE! Headshot! Well done. Der andere hat überhaupt nichts zusammengebracht. Ah ja. Ich bin auf die anderen... ...Modi gespannten. Multiplayer-Modi. Nachher auf den Multiplayer. Irgendwann am 13. September oder so. Oder am 12. September. Also ein Multiplayer-Beta. Also Open Beta halt. Hm. Ich hoffe, du zeigst dann... ...ein Xen... ...ein Multiplayer-Modi. Nein. Auf den bin ich gespannt. Capture the Flag wird sowieso wahrscheinlich wieder kommen. Das ist ja ein Klassiker. Peel-Dash-Match müssen wir gar nicht anfangen. Ich hasse... Ich hasse... Und ein Bull-Boops mag ich eigentlich nur die... ...ding. Äh... ...die... ...derer auch. Also welche HDR ist eigentlich... Au! Er hat mich! Nice! Wo ist er? Wo ist er? Oder wo war er? Anfang... Anfang 2, ja... Ich hab mich wo... ...von Anfang an hat mich äh... ...vom Spawn hinten bestimmt. Ich hab ihn nach vorne geschaut. Er hat ihn nach hinten geschaut. Jawohl. Nice. Give him a proper English welcome. Okay, brother. Really? Ja, er hat mich. Spawn hinten. Nice. 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 Really well kind of pissed. Nice. 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 ah dann gleich wieder nach oben ich habe einen, einer hat mich, oben ist er noch einer wir sind beide noch umgelaufen nice perfekt auf die knieschen zu schießen jawohl ich habe einen auf den nächsten los wir sind nur mit der zucht gestürmt die 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 das Weapons ready. Move in. Wow. It is left for you. It is left for you. It is left for you. Ah! Pässe. If you can stand, you can fight. Get ready. Ah, shit. Okay, pass auf, mitten. I have one. I have one. I have one. I would actually make a Kopfschuss so that it will look faster, but... Yeah. Yeah, the shot with a margin is not enough. Wow, I have to go off. I am so stupid. I am so stupid. Ow. I have an arm frag, but I have to get to that. Nein. Shit. One round is nothing. Prepare to fight. Show us what we do. That's right. Man, I am so blind. You can go on to the left side of the ball. ...you know what that is... ...I can see there's a double ball on the left side of the ball. ...oh, I have to fight and then on the left side of the ball. If that's the end of the ball, I can see there's a triple ball. That's why I am so good. And then I got the double ball. And then on the other side also aughtexual. ich habe einen mit einem drum make holy shit oh er hat mich einer ist in der mitte rum ja shit nicht schon wieder die blöde britische ich habe einen das ist gerade ein ziemlich knallhartes match ich habe ihn 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 von hinten auftaucht ich habe es gewusst dazu spielt er ich habe ihn 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 mit dem Das ist ein ganzes Unfall. Nein! Ich habe das, was mit dem Zerstörens und das ganze Franchise kam. Rainbow Six war schon immer Taktik, Realismus, Authentizität, sowas in die Richtung. Zum Clancy und so. Und dieser Zombie Mist, der gehört überhaupt nicht rein. Mit dem zerstören sie das einfach nur. Du rechts, ich links. Ja. Nein! Nein! Wie er auf dich geschossen hat, habe ich auf ihn fokussiert. Bespiel auf die, auf meine Seite geachtet. Ja, egal. Das weiß man schon, wie rot noch mal. Ah, ist er, ist er. Er ist aber angefertigt. Das ist es, lads, auf den nächsten Rund. Das wird knapp. Erschöpfen. Ah, geht fort. Boah, sechst. Ja, verdammt, ich habe meine Granate um mich gekillt. Das war gut. Endlich. Ich habe eine Granate nach oben geworfen. Ich bin hier. So. Wuhu. Ich hieb mir nach. Der Satz. Wird gesendet, Magazin. Wir gehen nach. Woah, hier. Ich habe das Schuss für die B. Ich habe das Schuss für die B. Ich hab's schon nach hinten geschaut, aber ... Ja, ja, geht's. Ich hab's schon nach hinten geschaut, aber ... wo ist nach hinten? Das wird auch wieder sein ... Eine knappe Partie. Er ist oben. Ich hab's schon mal eine Granate reingeworfen. Oh, mein Gott. Nein! Mit. Mit. Ach, nichts mit dem Schei-Scha-Fützen. Nein, er hat mich! Ja, gut. Das werden wir jetzt gleich verlieren. Danke. Schöner Herz, Schatz. Schöner Herz ... ... ... ... ... ... Ja Dammit Okay, not bad Eine von Ein bisschen unten Mal gesehen, glaube ich, oder wie haben wir es gehabt Äh Du hast halt nicht Ja, haben wir gut Das ist mal Einmal verloren, heißt es Das heißt, nichts dabei Ja Und Schnell Ja Schnell Ja Oh Das ist Wir fördern bis jetzt nur von drinnen, klar. Wie mensch? Ah, scheiße. Er ist hinten gespawnt. Ich weiß nicht, da oben war er eigentlich. Nein! Dammit. Na ja, fast. Nein! Er hat mich. Ich hatte auch. Crap. Was du das geil finde, zum Beispiel bei uns ist, wenn du den Star-Modus auch spürst, levelst du dir genauso wie den Online-Modus. Ja. Wuhuhuhuhuhu! One shot after. Was the last man standing! Nope! Ahhhh! Was der erste voll schön weggeschottet mit einem Schuss. Hup! 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 Ja. Dann hat er sich irgendwie angelehnt bei der Verdeckung. Damn it. Okay, die verlieren wir gerade wieder. Also die ist es mir. Ah, scheiße. Ja, ein Match, halt. Also, eigentlich jetzt das zweite Match ist es. Und wie viel? X Matches? Ich glaube, 11 haben wir jetzt da. 11? Alter. Ja. 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 Hey back. Hey back is a bitch. Alle von hier drüben? Alle von hier drüben? Ja. 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 Ich helfe. Dreh zusammen. Das war's für heute. Schau siem, was wir tun. Roll. Nice. Perfekt. Ja gut gemacht. Und weg ist ein Rückgrat. Ja mit der Schrotflette von der Entfernung. Au. Okay. Ja, den noch. Achtung. Mit der Granate. Granate geworfen. Null. Jawoll, Steirag. Ich hab das Anweis auch mit dir gehabt. Ja. Nein. Ja. Wir mussten ihn auch klauen. Was? Nope. Da ist er. Fuck, fast. Genare. Show them what we do. Wir sind besser bei mir. Au. Au. Er hat mich gemürsert. Ähm. Ich hab auch mal gekewt. Mit nem Molotow. Pass auf, pass auf. Auf. Fast. Shit. Fast. Du hast ihn fast gehabt. Ich hab nichts gemacht. Ich hab... Ich hab... Nichts. Okay, das war ja gut. Ach so. BAM, 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 BAM. Das coole Penetration ist einfach so super Was es jetzt gibt Ich glaube die rennen links Ich glaube es ist rechts aus die Grenze Ja Das war gerade blöd Ich wollte den Raketen hier vorauspacken, sondern ihn wegfitzen Du musst das mit den Anleihen probieren, das ist nicht frei Wir laufen links Ja, er hat mich Gut, nehmt Wie die Waffen immer so nach oben fliegen BAM 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 Auf in die Luft werfen Aber spürt sich eigentlich richtig cool Und der Gansmuff Mit dem Gansmuff ist sicher extrem geil Ja, hey, das wäre richtig cool Endlich mal Gansmuff in Call of Duty Sein richtiger Und endlich mal wieder Call of Duty Modern Warfare Das wäre sowieso die geilste Serie Bei Call of Duty Die Team-Map erinnert mich an die Das Kill-House von Mann-Waffe 1 Also Call of Duty 4 Ja, das ist ja Gut, nehmt Du bist ein bisschen anders angewartet Halt Ja Ja Weapons ready Move in Gehen wir nach oben Einer stimmt nach oben Einer stimmt nach oben Ah, der muss gegenseitig gekillt Hab ihn Das war so geil aus Bei dem Steck Das war echt gegenseitig Und Ja, das habe ich Vorher ausgemacht In 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 einem vorrückigen Match In In der Früh Ineinander gekämpft Bam Beide Headshots Beide tot No, er hat mich Einer ist rechts Nice Ah, fuck Wer überlebt meinen Schuss mit der Schrotflinte? Wird da auf der Seite raufkommen Das letzte Mal Au Oder das Nein Das war so geil aus Naaa Das wechsel hat zu lange dauert Ich habe ihn durch Dinger angeschafft durch die Halst Paletten. Wie viel Holzwand hab ich ihn angefragt. Einer ist unter dir, gleich. Und unter dir ist auch einer. Ja, 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 ja. Verlung, Verlung. Ah, shit, shit. Haha, von hinten. Shit. Ja! Stirb doch, wenn ich dir eine Schroffel ins Gesicht halte. Ich finde, das mit der Schroffel ist manchmal zu unfair. Einer braucht nur einen Schuss, den anderen braucht nur mehrere Schuss. Ja. Von rechts. Rechts kommt einer. Von beiden oben. Nein, einer von unten. Die rechten Seite. Ja. Ja. Wir sind nicht auf den Ende. Mach es passieren. Nein. Ja. Wir sind bereit. 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 Ja. Ja. Abwenden. Ja. Abwenden. Der eine ist von oben kommen und der andere ist von unten durchkommen. Ja. Einer wird aber sicher wieder von oben kommen. Ja. Einer ist oben. Einer ist oben. Nein. Nein. Einer ist oben. Nein, der Drohtl. Schau es mir eine ganze Weile an. Schau es mir eine ganze Weile an. Nein, ich hab mich verdruckt. Ich hab R1 und R2 getauscht. Ok. Und druck auf R2 und dann warum schierst du denn? Nein, der Drohtl. Und nach der Runde muss ich schlafen, weil es muss mir mal aufs Rammer. Jawohl. Okay, mal wieder, wenn ich fertig bin. Wie wieder die gleiche MIP? Oh Gott, aber das scheiß 27. Wenn es wenigstens Lackgeschosse oder so geben wird. Der ist unten von mir. Der ist schweb. Ich muss das mal aufschreiben. Ich muss das mal aufschreiben. Ich muss das mal aufschreiben. Das ist ja nicht. Wo? 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 Ja genau! Ja genau! Aaaaaah Steirock Na fast! Ich hab den fast gehabt Dammit Steirock mit Trommelmagazin Also sehr geil Wo ist er? Äh unten Ich muss drauf Na shit Dammit Können sie laufen können aber wissen nicht wo Ja Ja genau! Zwei auf einen Geht ihr euch noch gut? Ach dann Slickers Habt ihr Hunger? Oh was für eine Pistole Ah nicht dabei ist Dürfen alle beiden enthoben Ah scheiße ich fang ihn nicht von weg Ich kann da nicht mehr schießen Geh mit! Ja wo steht ihr nicht dabei? Äh Äh Wobei ja vielleicht Vielleicht kommt die eh noch dazu Ins Spiel Ins volle Spiel Eine Glock Ja Nicht aber so Ich hab da was gehört Eine extremst modifizierte oder was? Irgendwie sowas Ja Ja Die Glock Geht mir auf jeden Fall in Ghost Recon ab In Ghost Recon Wildlands Und Ghost Recon Breakpoint Möchte ich es bitte haben Und die AUG möchte ich sowieso Die AUG möchte ich sowieso wieder ein Ding haben In Ghost Recon Breakpoint Ja 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 das mit den mit den mit den mit den äh 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 das können uns das können uns raushauen Haha Ok Und Das ist ja O Gott Bissl chaotisch Ein kleines Bissl A proper English welcome. Das heißt Spiegler möge Späck oder was? Was? Ich habe ihn mit nahe gefrackt. Schau, ich hatte hier Abschuss zur Kamera. Ich renne einfach beinhart bei ihm vorbei. Schau, wo der Gegner ist. Der ist hier jemanden. Ich gehe wieder zurück, stelle mich hinter ihn. Einer war oben, der hat mich fast erwischt. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nice Ich habe aber nicht checkt, dass er im Kontinuit drin ist Oh! Oh! Okay, wir haben gewonnen Ich glaube, ich installiere dann ja gleich wieder mein Ding Läuft die Dämon-Wafire Ja, ich meine, du kannst ja nicht starten, das nervt Hm? Du kannst nicht starten Wieso nicht? Ich weiß nicht Nein, nein, ich muss jetzt sehen, aufhören Okay, gut Wir spielen nachher dann Gut, dann hören wir uns wieder vielleicht Ja Wie gesagt, merkbar 12. September Open Beta 12. September Open Beta 12. September Open Beta, ja, muss ich schauen Weil um 6. September kommt Gizofor 5 Ja Wahrscheinlich bin ich mit dem dann eine Weile beschäftigt Mit Telo bin ich ja auch noch beschäftigt Ja Ja, möchte ich gerne, gerne spielen Vielleicht gibt es einen anderen Spielmodus Ja, es ist eine ganz normale Multiplayer-Modus Ja, es ist eine ganz normale Multiplayer-Modus Okay, gut Gut Ja, dann passt Okay Servus Ja, dann passt Das ist eine ganz normale Die 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 Vielen Dank.